Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Lebenswert, meiner Pro-Life-Serie hier auf YouTube. Heute möchte ich mich einer Behauptung widmen, die sehr dicht ist und viele verschiedene Aspekte in sich birgt, weshalb es sehr viel dazu zu sagen gibt. Bleiben Sie gerne dran. Es geht um folgende Behauptung aus dem Pro-Choice-Bereich. Ein Fötus ist keine Person bis zur Einlistung oder bis es selbstständig lebensfähig ist oder eher lebensfähig ist oder bis die Mutter-Kinds-Bewegungen spürt oder bis zum ersten Atemzug. Sie merken, hier sind verschiedene Ansätze, es sind verschiedene Theorien, die überlegen, ab wann bekommt der Mensch erstens seine Menschlichkeit und damit auch seine Personalität, seine personelle Würde und auch deshalb Personenrechte. Es sind also folgende Aspekte, die Nidation, also Einnistung genannt auch Nidation, die selbstständige Lebensfähigkeit, soll heißen auch außerhalb der Gebärmutter der Mutter, die Kinds-Bewegungen und der erste Atemzug. Gehen wir alles der Reihe nach einmal durch. Zunächst einmal zur Nidation, zur Einnistung. Die Einnistung kann nur dann Personalitätsmaßstab sein unter der Voraussetzung, dass uns Ort, der Ort, in dem wir uns aufhalten, die Versorgung oder die Interaktion mit anderen uns zu Menschen machen. Aber das ist nicht der Fall. Oder wie Rainer Beckmann sagt, Umgebungsbedingungen ändern das Wesen nicht. Nochmal, Umgebungsbedingungen ändern das Wesen nicht. Die Fähigkeit außerhalb des Mutterleibes überleben zu können, erwirbt das Kind auch schon einige Zeit vor der Geburt. Durchschnittlich nach sieben Schwangerschaftsmonaten und je nach der individuellen Konstitution des ungeborenen Kindes kann die Überlebensfähigkeit sogar schon nach dem fünften Schwangerschaftsmonat gegeben sein. Ob die Überlebensfähigkeit schon zu einem früheren Zeitpunkt gegeben ist oder später, lässt sich im Voraus gar nicht bestimmen. Es hängt auch sehr viel vom einzelnen Kind ab und dementsprechend ist es natürlich auch kein geeignetes Kriterium, um den Anfangspunkt der Menschlichkeit festzumachen bei einem Ungeborenen. Oft wird bei diesem Kriterium der Nidation auch als erläuternder Einwand dazu gesagt, dass es sich um einen nichtmenschlichen Frühembryo handele, weil sich vor der Nidation das Zellgebilde noch teilen könne. Also solange noch Zellteilung möglich ist, kann das dann auch noch gar nicht ein menschliches Wesen sein. Das ist aber nicht schlüssig und zwar aus folgenden Gründen. Zunächst einmal wird vorausgesetzt, dass am Beginn des menschlichen Lebens kein Mensch als Individuum vorliege, sondern eine Art Gattungswesen ohne Individualität. Das haben wir in den Folgen zuvor eigentlich schon lang und breit reflektiert. Ich habe da schon alle möglichen Argumente dagegen genannt. Zweitens ist die biologische Identität von der personalen Identität des Menschen zu unterscheiden. Was meine ich damit? Das dürfen Sie jetzt nicht missverstehen. Das hat nichts mit Geschlechtsidentität und anderen Begriffen von heute zu tun, sondern gemeint ist, wenn ein Mensch sich rein biologisch immer wieder erneuert, bleibt er dennoch personal immer derselbe. Man kann also nicht von biologischer Teilbarkeit oder Unteilbarkeit auf die personale Identität eines Menschen schließen. Ich denke da noch an ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das damit so gut vergleichen kann, weil natürlich die Zellteilung am Anfang des Lebens noch mal was anderes ist. Aber der Mensch erneuert sich ja ständig selbst, biologisch gesehen. Die Zellen erneuern sich so, dass am Ende, also nach sieben Jahren, wir eigentlich ein ganz anderer Mensch sind, zellulär gesehen, als noch vor sieben Jahren. Aber das ändert ja nichts an meiner Personalität. Ich bin trotzdem dieselbe Margarete Strauß wie vor sieben Jahren. Nur weil sich meine Zellen erneuert haben, heißt das jetzt nicht, dass das irgendwie Auswirkungen auf meine Personalität und auf meine Würde und auf meine Rechte hat. Gehen wir weiter zum nächsten. Dann gibt es ja noch die Frage der Lebensfähigkeit des Menschen, der selbstständigen Lebensfähigkeit außerhalb der Mutter. Und auch das ist eigentlich ein willkürliches Konzept. Warum? Nicht zum Beispiel die Personalität des Menschen koppeln an den Herzschlag, an Hirnströme oder irgendwas anderes an eine andere menschliche, also körperliche Funktion. Der Aspekt der Lebensfähigkeit ändert sich je nach technischem Fortschritt. Es ist so schwierig, deshalb ihn als Kriterium herzunehmen, um zu sagen, wir können genau sagen, wann beginnt der Mensch, ein Mensch zu sein. Weil es erstens am ungeborenen Menschen hängt. Es ist total individuell und auch an den Möglichkeiten, wie man das Kind eben stützen kann. Wir sind heutzutage so weit, dass ein Baby, das in der 22. Woche geboren wird, überleben kann. Zwar mit technischer Unterstützung, zum Beispiel kann es noch nicht selbstständig atmen und hängt an verschiedenen Geräten etc. Aber es kann überleben theoretisch, allein durch die technischen Möglichkeiten. Und wer weiß, vielleicht sind wir irgendwann sogar so weit, dass wir mithilfe der technischen und medizinischen Möglichkeiten ein Kind von der Empfängnis an lebensfähig halten können, überlebensfähig halten können. Aber wie gesagt, das hängt auch sehr viel vom Kind ab. Also das eine Kind überlebt eine viel zu frühe Geburt nach medizinischer Unterstützung. Das andere Kind schafft es nicht bei denselben Umständen. Also mit dem selben Alter, mit denselben Möglichkeiten. Es hängt an so vielen Dingen, also auch an der Gegebenheit des Körpers, an dem Immunsystem, das ja eigentlich noch gar nicht vorhanden ist, am Überlebenswillen des Babys, wie auch immer. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie sind die Möglichkeiten. Also zum Beispiel ist ein Frühchen im sechsten oder siebten Monat bei uns überlebensfähig. Auf der Intensivstation, wohingegen vielleicht in einem Entwicklungsland es in diesem Entwicklungsstadium nicht möglich ist, überlebensfähig ist, weil es dort einfach gar nicht die technischen Möglichkeiten gibt. Also noch mal zum Thema Fortschritt, technischer Fortschritt übrigens. Es gibt ja die In-vitro-Fertilisation, die ja immer mehr auch erforscht wird und optimiert wird. Und bei dieser Form der künstlichen Befruchtung zeigt sich, dass ein Embryo einige Tage außerhalb des Mutterleibes lebensfähig ist. Und wir sprechen hier von einem Embryo, das heißt in den ersten acht Lebenswochen. Schon heftig. Und wenn wir dieses Prinzip, dieses Konzept der Überlebensfähigkeit noch weiterdenken, dann müssten wir eigentlich sagen, es gibt viele geborene Menschen, die sind nicht überlebensfähig. Ohne technische Möglichkeiten, ohne medizinische Unterstützung, ohne die Hilfe anderer Menschen. Sind sie jetzt weniger Mensch? Wir wollen ihnen doch nicht ihr Menschsein absprechen. Zu dem Atemzug, da muss man natürlich dazu sagen, das Atmen des Kindes beginnt schon vor der Geburt. Das Kind übt schon das Atmen im Mutterleib. Auch dieses Kriterium ist also hinfällig, wenn man es als Marker nutzen möchte, um einen Menschen erst ab der Geburt zum Menschen zu deklarieren. Und was auch sehr, sehr schwammig ist und auch deshalb eigentlich ein gar nicht gutes Kriterium, ist das Kriterium der Kindsbewegungen. Und dieses könnte ja eigentlich auch nur Personalitätsmaßstab sein, wenn der Wert und die Realität einer Person davon abhängt, dass sie von anderen bemerkt oder anerkannt wird. Wenn also kein Mensch mich als Menschen anerkennt, dann bin ich kein Mensch oder was? Wenn mich kein Mensch sieht, weil ich ein absoluter Stubenhocker bin und nur zu Hause sitze und keiner kriegt mich zu Gesicht und keiner weiß, von meiner Existenz bin ich deshalb weniger Mensch. Natürlich nicht. Sie merken schon, worauf ich hinaus möchte. Und bei Kindsbewegungen ist das sowieso so eine Sache. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Es kann sein, dass die Frau kaum Kindsbewegungen spürt, weil sie zum Beispiel eine sogenannte Vorderwand-Plazenta besitzt. Das heißt, die Plazenta liegt an der Außenseite, also Richtung Bauch und ist wie ein Polster, der die Bewegungen des Babys dann abdämpft. Das heißt, man spürt die Kindsbewegungen vielleicht nur gedämpft oder überhaupt nicht. Im Gegensatz zu einer Hinterwand-Plazenta, da spürt man die Kindsbewegungen zum Beispiel viel deutlicher und auch viel früher als Mutter, weil da dieses Polster sozusagen nicht gegeben ist. Dazu kommen dann natürlich auch andere Faktoren wie die körperliche Verfassung der Frau. Wenn sie ein bisschen korpulenter ist, dann spürt sie ja auch die Kindsbewegungen weniger als eine zählige Frau. Und dann gibt es ja noch ganz andere Sachen, so was wie eine verdrängte Schwangerschaft. Frauen, die so gesagt eine sogenannte verdrängte Schwangerschaft haben. Das heißt, sie merken unterbewusst das vielleicht, aber sie verdrängen das, dass sie schwanger sind. Der Bauch wächst nicht. Sie haben keine Symptome oder schieben es auf alles mögliche andere und kriegen dann erst bei Einsätzen der Geburtswehen mit, dass sie schwanger sind oder ganz spät überhaupt, dass sie schwanger sind, mit. Und da werden natürlich dann auch die Kindsbewegungen anders erklärt oder man spürt die einfach gar nicht. Ist aber ein Kind, das man nicht spürt als Mutter, weniger real, das in ihrem Leib ja trotzdem da ist, das vorhanden ist. Grundsätzlich gilt, die Hilflosigkeit eines Menschen sollte uns motivieren, ihn zu schützen, nicht ihn zu zerstören. Soweit das Video. Sie merken, wenn man diese verschiedenen Konzepte sich genauer anschaut, dann sind das Argumente, die doch sehr eine Kartenhaus-Dynamik haben. Sie fallen in sich zusammen, weil sie viel zu schwach sind, überhaupt nicht hilfreich und teilweise einfach auch willkürlich gesetzt. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020